Hallo zu der Übernahme von größerem Text. Das ist ein Spontanvideo, also nicht vorher geplant, sondern einfach sprechen und tun. Wenn man Patchwork am Anfang startet, dann sieht es in etwa so aus. Ein Willkommensbildschirm, wo man dazu angehalten wird, sich zuerst mal die Filme, die drei Videoclips, die drei, vier Videoclips anzugucken. Die wichtigsten zu Patchwork, dass man einen Bezug bekommt davon. Das ist empfehlenswert, mal hier draufklicken auf der Patchwork-Seite und die Videos ansehen. Das haben Sie aber sicher schon gemacht und brennen jetzt drauf, mit Ihrem ersten Projekt zu beginnen. Okay, starten wir los. Wir klicken auf Neues Projekt und es empfiehlt sich, einen Ordner auf den Projektordner nicht unter den Dokumenten oder irgendwo zu machen, sondern machen Sie einen eigenen Ordner auf der C, der zum Beispiel Bücher heißt. Warum? Weil jedes Projekt ist ein eigener Ordner. Also Projekte sind bei Patchwork nicht einzelne Dateien, so wie bei Word, Open Office und so weiter, sondern eigene Ordner, die wieder jede Menge an Unterordnern und Daten haben. Und das ist einfach übersichtlich. Also, eigenen Ordner, der heißt Bücher. Gut, in diesen Ordner hinein wollen wir unser neues Projekt hineintun und dieses Projekt heißt Airportler Dritt 1. Mit Enter kommt man weiter, übernimmt den Titel da hier hinein, das kann man alles nachträglich ändern. Wichtig zu wissen, dieser Titel ist der Titel, den der Ordner des Projekts auf der Platte, also in dem Ordner Bücher drinnen hat. Und dieser Titel ist der, der dann in der Titelei verwendet wird und beim Buch selbst vorne aufscheint. Okay, anlegen und das Projekt ist da. Solange wir noch nicht den Profi-Modus eingeschaltet haben, haben wir hier nur drei Optionen zur Verfügung. Und zwar mit Schreiben loslegen, Figuren entwickeln oder größeren Text mit Smart Import hereinholen. Mit dem Profi-Modus würde ich mir etwas Zeit lassen, so lange, bis Sie mal die Basics einigermaßen intus haben. Okay, wir wollen größeren Text mit Smart Import. Gehen hier auf Öffnen. Und da ist jetzt eines wichtig, und zwar, dass in Word das Projekt einigermaßen vorbereitet ist. Und zwar insofern vorbereitet, als die Kapitelüberschriften fett formatiert sind. Das ist alles. Mehr brauchen wir vorderhand mal nicht. Und am allersichersten wäre, wenn man dieses Projekt dann in Word und auf dem Desktop dann oder wo man es hat, als RTF-Dokument abspeichert. Das geht am schnellsten und ist auch am sichersten, weil vielleicht nämlich der Konverter nicht installiert, automatisch installiert werden konnte. Okay, also AirPod Madrid auf dem Desktop als RTF-Datei abgespeichert. Und dann bekommen wir die daher. Wenn der Konverter offen ist, kann man hier nachgucken. Ah, DocX geht auch. Dann könnte man DocX oder RTF öffnen. Ist im Prinzip wurscht. Und mit dem Loslegen lädt er die Datei rein, checkt sie kurz durch und wir sind schon mitten im Geschehen. So, Patchwork markiert im Smart Import immer einen Teil, wie wir hier sehen. Und dieser Teil wird dann mit diesen Tasten entsprechend, mit diesen Knöpfen entsprechend behandelt. Das heißt, was soll er jetzt mit diesem Martin Danisch machen? Okay, er soll ihn als Autorennamen übernehmen. Könnte man hier nochmal ändern. Passt und so. Und Sie sehen, es wird weggelöscht und gleich das nächste markiert. Auch das können wir verwenden und sagen, okay, Buchtitel passt auch. Könnte man ändern. Auch in Ordnung. So. Und jetzt brauchen wir das natürlich nicht nochmal und das Roman und das da unten auch nicht. Man kann also einfach auf Überspringern klicken. Das ist insofern vielleicht etwas öder jetzt, weil es mehr ist. Das heißt, man kann auch hergehen und den Text manuell markieren. Das heißt, wir schnurren da hinunter. Über das Inhaltsverzeichnis drüber. Und zwar bis vor das erste Kapitel. Und sagen, jetzt überspringen. Dann ist das alles weg und es wird die erste Kapitelüberschrift markiert. So. Und jetzt werden wir zwischen zwei Modi hin und her hüpfen. Und zwar Kapitelüberschrift und dann den Text. Überschrift, Text, Überschrift, Text. Wir machen es uns jetzt ganz einfach. Kümmern uns mal noch nicht um Szenen, sondern übernehmen lediglich immer die Überschriften und den Text gleich ins Kapitel rein. Okay, los geht's. 1 Airport Madrid ist ein Hauptkapitel. Jawohl. Patchwork markiert gleich den kommenden Text. Und wir sehen, aha, das Kapitel ist da noch nicht Ende. Zu Ende, es geht weiter. Dann sagen wir einfach mehr markieren. Jawohl. Jetzt haben wir dieses Kapitel fertig und sagen uns, sagen ihm, diesen Text direkt zum letzten Titel dazu kopieren. Schwuppdiwupp. Text weg. Das hier übernehmen wir jetzt mal nicht. Sagen wir weg damit. Dann wieder ein neues Kapitel. Wieder Text. Dann kontrollieren wir da hier, ob er bis zum Ende geht. Nein, geht er nicht. Müssen wir also mehr markieren. Jawohl. Kapitel fertig. Direkt zum letzten Titel dazu. Schwuppdiwupp ist drinnen. Und wieder Kapitelüberschrift. Und wieder mehr markieren. Noch 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 mehr. Noch mehr. Fertig. Und zu dem letzten Titel dazufügen. Wieder eine Kapitelüberschrift. So. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man es gleich, wenn man es schon in dem Word oder Open Office Text oder was auch immer, schon so formatiert hat, dass die Szenenwechsel durch eine Leerzeile oder einen Stern, Stern, Stern gekennzeichnet werden, dass wir das gleich schon jetzt mit der Übernahme in Szenen umwechseln können. Dann geht es so. Wir haben hier eine Leerzeile beim Ende des Texts. Also sagen wir, das ist ein mittlerer Szenenwechsel. Und wir sehen hier am Rand, können wir schon mit beobachten, was da passiert. Er hat diesen Text hier untergeordnet, unter diese Kapitelüberschrift hinein mit übernommen. Jetzt sagen wir, okay, nächste Szene. Wieder so übernehmen. Okay, wieder so übernehmen. Und nochmal. Dann schauen wir da hier nach. Ist das jetzt schon das Letzte? Ja, ist das Letzte. Wieder übernehmen. Und dann sind wir bei der nächsten Kapitelüberschrift. Wieder ist ein Hauptkapitel. Dann sicherheitshalber, hoppala, das war jetzt etwas zu schnell. Nachgucken, wie weit es da noch weitergeht. Aha, wiederum mehr markieren. Nochmal mehr markieren. Nee, wir wollen es nicht. Wir haben ja gesagt, wir machen das schon richtig. Also gehen wir von vorne weg. Und bei dieser Gelegenheit sehen wir, ah, das wäre jetzt ein großer Szenenwechsel gewesen. Das entspricht dem Stern, Stern, Stern ist eine kleine Vignette. Dann sagen wir, hier ist ein großer Szenenwechsel. Und jetzt, wie gesagt, nachschauen. Aha, mittlerer Szenenwechsel. Also mit Leerzeile ist immer mittlerer, mittlerer und mittlerer. Nächste Kapitelüberschrift. Keine Vignette, also Leerzeile, ist es mittlerer Szenenwechsel. Nächste Kapitelüberschrift. Keine Vignette, Leerzeile, ist mittlerer Szenenwechsel. Nochmal mittlerer. Nochmal mittlerer. Und hier heroben kann man in der Zwischenzeit beobachten, wie weit er ist. Hauptkapitel, mittlerer, 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 mittlerer. Und Sie sehen, es ist gar nicht mehr Arbeit, wenn wir gleich in Szenen schon aufsplitten, so wie es hier bereits drinnen war. Weil bei denen da hier, werden wir uns dann anschauen, wie man die Szenenaufteilung nachträglich macht. Okay, wir haben also wieder ein Hauptkapitel, einen mittleren Wechsel, einen mittleren Wechsel, einen mittleren Wechsel, mittleren Wechsel, mittleren Wechsel. Wieder Hauptkapitel, mittlerer, 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 Hauptkapitel. Okay, und das sparen wir uns jetzt, weil wir das... Oder man kann es auch übernehmen. Okay, übernehmen wir es auch. Mehr markieren, das gehört alles doch dazu. Okay, damit, das war auch schon der Import. Hat gedauert für 340 Seiten 11 Minuten. Ist also eindeutig keine Hexerei. Jetzt schauen wir uns bloß noch kurz an. Wir sehen hier, wie unterschiedlich das ist. Und zwar, hier haben wir die Kapitelüberschrift, nichts drinnen. Wenn man nämlich Szenen drunter hat, dann darf in der Hauptkapitelüberschrift nichts drinnen stehen, wenn mehrere Szenen drunter sind. Wenn es so ist wie hier, wo alles in diesem Hauptkapitel drinnen ist, dann darf das in der Hauptkapitelüberschrift drin sein. So, bei diesem Kapitel hier sehen wir, dass wir keine Leerzeilen, also keine Szenen drinnen haben. Gucken wir mal, wie das beim zweiten Kapitel ist. Sind da Leerzeilen drin? Oder waren beim ersten auch eine drinnen? Weil die Vignette, die hat er als großes G übernommen. Weil die Vignette einfach eine andere Schrift war. Nee, ist keine. Aber hier haben wir Szenen. Okay, das ist also mal ein Szenenwechsel gewesen. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man das so splittet, dass es dann so aussieht wie da hier. Dafür brauchen wir allerdings den Profi-Modus, weil man hier im Tab Szenen sagen kann, Text splitten. Bevor wir aber splitten, tun wir einfach den, hoppala, kleiner Tippfehler gleich entdeckt, markieren wir das, was wir splitten wollen. Wir machen also jetzt nachträglich und wir sehen, das ist eindeutig mehr Arbeit. Wir markieren das, was jetzt in eine neue Szene soll, gehen wieder auf Szene und hier auf Splitten. Und nun werden wir gefragt, wo soll es denn hin? Soll es, und da sehen wir die Szene versehen, das ist die hier herüben, die steht da und er zeigt uns an, unter die aktuelle Szene ist also der untergeordnet, so wie wir es hier haben. Hinter die aktuelle Szene wäre im gleichen Rang, also in der gleichen Ebene dahinter und vor wäre davor. Wir wollen unter, ist also eh schon richtig vorgeschlagen. So, und dann, wo wollen wir weiterarbeiten? Wollen wir bei dieser neuen ersten Unterszene weiterarbeiten oder bei der? Wir wollen bei der weiterarbeiten, weil wir ja mehrere Szenen jetzt dort noch heraus haben wollen. Und dann fragt er, was wird es, ein großer oder mittlerer Szenenwechsel? Er ist super clever, hat uns alles schon richtig vorgeschlagen. Wir brauchen bloß noch sagen, okay, so will ich's. Dann ist das in dieser Szene weg und wir haben bereits unsere erste Unterszene. Wir brauchen unsere erste Unterszene. Musik So, und bei der Gelegenheit sehen wir auch gleich, was passiert, wenn man in einer Kapitelszene, in einer Szene Unterszenen hat und beide, also die Kapitelszene und die Unterszene beide Text enthalten, dann wird von der Kapitelszene das Rot. Das hängt damit zusammen, weil sich dieser Szenenwechsel hier und der, die vertragen sich nicht im Sinne, wie es sein soll. Wie soll es sein? Bei diesen Szenen soll immer danach ein Leerzeile, ein Leerzeile, Leerabsatz sein. Hinter dem ist aber kein Leerabsatz. Und dadurch würde diese Szene automatisch ohne Szenenwechsel, ohne Sichtbaren hinter diesem Text drankleben. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Aus dem Grund übernehmen wir nämlich auch sämtliche Szenen von hier da hinunter. Also ein Mischwerk geht nicht, außer die nächste Szene wäre ein Unterkapitel. Wenn die nächste ein Unterkapitel ist, erreicht man, indem man hier einfach auf U draufklickt, plötzlich ist das Rot weg. Warum? Weil beim Unterkapitel würde dann hier der Text versehen 1, das wäre dann die Unterkapitelüberschrift. Also bei Haupt- und Unterkapiteln ist der Szenenwechsel vorher. Beim Hauptkapitel Seitenwechsel und danach Überschrift und dann geht es weiter. Und beim Unterkapitel Abstand zum vorherigen Text, in dem Fall nur der Überschrift und dann geht es mit Text weiter. Aber wie gesagt, wir haben hier einen mittleren Szenenwechsel. Da kann man entweder hier draufklicken oder in der Kapitelübersicht einfach M wie Mittel eintippen. Dann ändert das jetzt auch und dadurch ist natürlich auch schon wieder das Rote da. Okay, wir gehen jetzt von hier weiter und markieren hier gemütlich runter bis zum Ende dieser Szene. Also bis hierher gehen wieder auf Szene, wieder auf Szene splitten. Zwei richtig, 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 okay. Okay, so, dieses G killen wir. Das war die Vignette. Jawohl, okay. Und damit sind wir auch schon fertig. Letzte Szene auch nochmal und splitten und jawohl, so will ich es. Und damit haben wir das komplett gleiche Bild, nur mit dem Unterschied, dass bei denen aus dem Smart-Import der Anfangstext der jeweiligen Szene da hier drinnen steht und hier der Titel des Kapitels mit 1, 2, 3 und so weiter durchnummeriert. Okay, und damit sind wir schon voll im Geschehen. Wenn wir das jetzt noch zum zweiten Kapitel auch machen, da sind wir ja ruckzuck durch. Habe ich da jetzt was übersehen. Nee, nichts übersehen. Das stimmt sogar, das passt so, da gibt es keine Unterkapitel. Ja, wunderbar, das war es auch schon. Und jetzt könnten wir bereits sagen, machen wir ein Gesamtdokument. So, kleines Sekündchen. Ich hole es gleich auf die passende Größe, das muss man komplett sehen. Gesamtdokument. Und sehen jetzt das Ganze wieder so, wie es in Word oder OpenOffice oder Papyrus oder Textmaker oder was auch immer aussehen würde. Dann sagen wir, wir wollen das aber nicht als DIN A4-Seite, sondern Books Factory. Das ist eine, und dann auf Neuladen drücken, dann formatiert er, kompiliert das neu. Books Factory, das ist eine Druckerei, die das für Taschenbücher macht. Und siehe da, wir haben eigentlich schon eine ganz propere Optik. Titelei, Titelei. Und dann geht es schon mit dem ersten Kapitel los. Okay, das war es auch schon. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Musik 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 Musik